Und ich werde hier auch durchsetzen, ne? So. Okay. Also, das reicht jetzt höchstens noch für einen Teil. Würde ich einfach mal glatt sagen... Jetzt decke ich mich hier hoch. Mit dem Zeug und dann machen wir das Shit. Das muss hoffentlich reichen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher, ob das reicht. Aber ich hoffe... Das muss reichen. Boah, dieses Verbauen, ne? Das ist... Super. Dieser Stein, ey, fehlt jetzt auch noch. Mann, ey. Dankeschön, dass ich da auch noch mal verbaust. Super, ey. Hoffentlich recht, dass hier 15 Stück hier noch... Eigentlich hier zwei mehr. Ja, eigentlich hätte ich ja zwei mehr gehabt. Ich sollte ja jetzt wieder hinkommen. Das hat ja super geklappt. Na super, da muss ich dann jetzt noch hoch. Mann. Erst mal Kabel fahren. Wir brauchen aber auch verdammt viel Kabel, ne? Fällt mir auf. Gehe ich am besten jetzt mal hier von der Brücke. Und grab mich hier irgendwo rein. Oh. Okay. Lol. Hm. lol schön dass wir hier unten gelandet sind so rüstungstechnisch sieht es noch gut aus also eine rüstung jetzt noch sehr gut aus können wir auch wieder neue rüstung machen fällt mir gerade auf den kopf richtig aufsetzen so die 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 man die 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 wenn die die Okay, das können wir jetzt wieder. Ähm, Alter, der Turm. Das macht ja mal ein ganz anderes Bild jetzt hier in der Landschaft. Aber man sieht den. Man sieht den überall. Würde ich sagen, gehe ich jetzt mal so ein Stückchen schlafen erstmal wieder. Hier im Wohnzimmer waren wir auch lange nicht mehr hier. Also in diesem Haupthaus hier, ne? So richtig. Gehe ich mal die Nacht über pennen? Ja, ich weiß. Heute gehe ich schon mal früh ins Bett. Na los. Ist doch schon hier. Guck mal, guck mal, wie spät es schon ist. Die Sonne ist gerade beim Untergehen. Du kannst jetzt doch schlafen bestimmt. Doch, doch, doch. Das kannst du. Schön, dass der Erde hinsetzt. Jetzt kannst du aber schlafen. Super. Jetzt haben wir die ganzen Chatzug. Bäm. Naja, gut. Naja. Soll es halt so sein. Alter, wir haben den Turm fast fertig. Wir haben den Turm fast fertig. Naja gut, fast. Relativ. So, wir müssen da jetzt hochbauen. Das heißt, wir bauen uns hier jetzt hoch. Wir müssen gleich die drei Pfeiler hochsetzen. Schön, dass wir hier so ein bisschen am Wasser gebaut haben. Das gefällt mir. So, wir müssen da jetzt hochbauen. Die Spitzhacke hält nicht mehr länger. Merke ich gerade. So, fehlt jetzt nur noch das Stückchen. Dann sind wir auch durch. Sind wir tatsächlich schon voll und ganz durch. So, okay. Okay. So. Okay. Okay, jetzt haben wir den Kreisrundenring hochgesetzt. Und werden jetzt mal gucken, ob wir die Fläche hier ausfüllen können mit sechs Steinen. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Mit sechs Steinen schaffen wir hier nicht mehr viel. Das schaffen wir hier noch. So, generell, ist aber der Ausblick richtig schön, ne? Das brauchen wir diese Scheiße auch nicht mehr. So. Okay, wir haben da einen kleinen Ring. Wir müssen vielleicht in der Mitte einen Ring haben und dann geht das auch schon. Den Ring in der Mitte können wir aus Diamantblöcken theoretisch machen, ne? Also einfach irgendwie just for fun. Wir haben da ja noch genug. Oh Mann, sind das viele, ey. Da mag ich nichts mal sagen, lieber. Okay. Okay. Ich weiß, das wird zwar reichen, aber... Ach, jetzt habe ich... Hm, ja gut. Ja, ja, ja. Ja gut, okay. Das kommt darauf, wenn man da nicht wieder aufpasst. Ja. Jetzt ist was passiert. Rüstung. Kommt das hier rein? So. 50 Stück. Alter, das muss reichen. So, jetzt müssen wir gucken, äh... Wie wir den Ring in der Mitte bauen. Am besten mit Erde bauen wir uns da irgendwie... Da, wo wir den Stein gesetzt haben. Da, wo wir den Stein gesetzt haben. Danke. Dann können wir von hier aus den Ring setzen. Shit. Egal. Brauchen wir eh nicht. Scheiß drauf. Das ist natürlich super. Oh, nee, das ist Gravel. Mensch, nein. 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 Ich weiß nicht, ob das mit dem Ring so eine gute Idee war. Falsche Stelle. Kommen wir jetzt an den Kabel ran? Oh Gott. Oh Gott, ist das schwierig hier. Das ist Arbeit vom Feinsten, ganz ehrlich. Das ist eine Arbeit, hatte ich auch noch nicht. Wow. Oh mein Gott. So, der hier. Okay. Dann haben wir den hier. So, mache ich den nächsten auf. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. So, jetzt müssen wir uns noch da hin bauen. Spitzhack ist gleich Schrott. Was machen wir da auch hinten so gebaut? Ja. Kann ich gerade sagen. Wir können hier eine Plattform aus Diamenblöcken machen, theoretisch. So. Alter. arbeit vom feinsten nicht weiß kommen der letzte block hier schön dass es auch so gereicht hat von mir ist können wir eine ganze diamant etage etage machen einfach so aus just for fun wer gar nicht mal so übel ganz ehrlich dann mache ich das hier mal weg dann hole ich gleich noch mal diamant blöcke ich muss aufpassen nicht unter mir das weggrabe nur ja erstmal nicht so du kommst weg und in einen braume vielleicht so als platz und dann können wir hier so schon mal so ein bisschen anfangen die diamantebene zu basteln hier alter ich weiß nicht wie das aussehen wird aber ich glaube das wird ganz geil also bei so vielen diamanten die wir haben können wir uns sowas leisten um